Der vom Feld kommt Richtung Haus. Rennend? Ne. Okay, aber ihr müsst... Laufend. Laufend? Gehend. Ihr müsst im Haus aber robben, sonst sieht man euch. Nein, wir gehen nur rein, wenn es da was gibt. Hier gibt's schon was drinnen. Also der ist jetzt hinterm Haus, denke ich. Also der läuft Richtung... Ah, den höre ich hier. Also ich schau mal, was es so gibt, okay? Vielleicht kann ich das ja mit rausnehmen, dann müsst ihr nicht reinkommen. Ja, komm schon, nimm die Kack-Ausrüstung da auf. Oh je, 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 je. Da ist jetzt auch Ausrüstung. Hier, hört sich ein, das wäre eine, total geil. Schmerzmittel nehme ich mal mit. Und ein Verbandszeug nehme ich auch nochmal mit. Kein Bolzen. Kein Bolzen. Ich gehe... Ich bin leise, ich habe nichts beim Ohr, nichts beim Auge. Also nicht hörbar, nicht sichtbar. Doch, da ist ein Bolzen, doch. Den nehme ich mit. Hier am Garten, so, und läuft einer entlang. Ja, der läuft weg. Jetzt. Stahlbolzen und eine Dose Sardinen habe ich. Auf der Straße ist auch einer. Kann ich rauskommen? Jean-Philippe. Nee. Jetzt. Knierend auch, oder? Ja. Moment, ich versuch's mal. Warte noch kurz. Der läuft jetzt gerade in den Zaun entlang. Der läuft jetzt gerade in den Zaun entlang. Ja, der läuft in den Zaun entlang. Auf dem linken höre ich auch einen. Scheiße. Links ist aber frei. Der rechts läuft gerade am Haus. Zaun. Also sollte ich lieber noch nicht rauskommen? Warte noch kurz. Okay, ich gehe immer wieder zu Renate und Erich. Renate, Renate, hat's nicht überlebt. Der Ding ist da noch aufgetaucht? Ah, kacke. Jetzt kann's auch raus. Sicher? Ja. Alles weg. Okay. Ich versuch krabbelnderweise. Funktioniert, funktioniert, funktioniert. Okay. Renate, ich tu dir den in deinen Rucksack rein. Yes, well. Ist drin. Sehr geil, sehr geil. Das hat sich doch gelohnt. Jetzt krabbel ich mal gerade hier hoch und guck mal eben schnell in den Eingang von dem rot-grünen Haus da rein. Oh, da kommt einer, da kommt einer. Du hast mir den nicht reingetan. Nicht? Nein. Moment. Ich kann's mir da, glaube ich, gar nicht reintun, weil der voll ist, der Rucksack. Ich hab mal Platz gemacht. Ich guck mal, ob ich den drin hab. Hoffentlich kommt der jetzt nicht rein. Ich hab... Ach, du Scheiße. Lautdings hab ich... Doch, der kommt ja rein. Ach, du Scheiße. Ähm, dann gehen wir ins Haus. Nein, der steht auf! Nee, 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 nee. Der steht auf! Hat er dich gesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Nee. Auf dem Feld ist ein Krabbler. Hinter dem Haus dürfte auch einer sein. Ich hab mich im Haus versteckt. Wieso stand der denn jetzt auf? Es hat doch gerade geklappt. In dem Haus steht einer, ja. Ja. Da steht der doof rum. Oh, der andere kommt direkt auf uns zu. Ich kann hier grad nicht raus. Der ist genau vor der Tür. Hoffentlich kommt der nicht rein. Wenn der reinkommt, muss ich schießen. Nee, der läuft hinter das Haus. Der kommt direkt auf uns zu. Boah, gerade... Der steht macht mir Angst. Oh, was? Ja, der bewegt sich auch nicht. Oh, fuck. Der kommt auf mich zu. Ich weiß nicht, wo der Stahlbolzen ist. Ich hab ihn nicht mehr. Oh, bleib weg. Oh, fuck. Hat er euch gesehen? Nee. Ah, aber hier am Auto sind zwei. Und der läuft direkt auf mich zu. Ich geh mal wieder Richtung Wald. Kann ich rauskommen? Ich bin hinterm Haus. Ich seh's nicht. Ich glaube Richtung Wald, ich seh's auch nicht. Oh, fuck. Tatt doch weg. Krabble rechts neben mir, läuft direkt in meine Richtung. Der steht auf, dieses Idioten-Stück hier. Wo musst du links kommen? Aber ich wurde nicht gesehen. Krabbelt ihr Richtung Wald hinterm Haus? Nee, ich bin... Ja, ja, genau. Ich bin aber noch da. Ich bin zurückgekrabbelt. Ich bin jetzt hinter dir quasi. Weil da hinten steht auch... Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich komme hinter das Haus. Pass auf, da sind... Rechts rum geht ihr gar nicht. Links rum steht nämlich einer. Der steht ja total blöd. Ich komme aber auch nicht weg. Ich habe hier vier Zombies. Wo ist der scheiß Bolzen? Der da oben kommt hier auch rein. Der da oben kommt auch rein. Achtung, Achtung. Nee, wir können nicht. Können wir nicht links rum? Links rum? Mal probieren, aber schwierig. Mein lieber Mann, ey. Da ist der. Da steht einer in dem Hütchen drin, da, ne? Ja, genau. Der wird richtig nicht. Die sind immer am gefährlichsten. Die sehen immer am schnellsten. Aber ich glaube, wir können jetzt nach oben raus. Ich komme hier noch nicht weg. Ich bin jetzt hier am Waldrand. Aber der direkt... Direkt vor mir hüpfen drei rum. Und einer läuft. Immer cool bleiben. An welchem Waldrand denn genau? Jetzt kommt der raus aus der Hütte. Der kommt aus der Hütte raus. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Wir müssen hier weg. Ich bin hinterm Haus am Waldrand. Ja. Da liegen ziemlich viele coole Sachen. In dem Eingang vom rot-grünen Haus. Oh, fuck. Der kommt. Wir müssen... Fuck. Warte, ich kriege die von hier geludelt, glaube ich. Okay. Der kommt langsam, aber sicher. Ich komme hier nicht weg. Wir können vielleicht jetzt nochmal zurück, Random. M1911 braucht sie ja, ne? Ja, brauchen wir. Soll ich jetzt direkt hier droppen? Dann kann ich noch mehr aufnehmen. Nee, wir müssen jetzt erstmal hier weg. Der kommt nämlich. Und wir können nicht hoch. Da sind zu viele. Wir müssen hier rechts hoch wieder. Oh, Mann, 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 Mann. Die zwei Krabbler müssten dich doch jetzt in Ruhe gelassen haben, Rain, oder? Ja, aber direkt vor meiner Nase läuft einer rum. Mal gucken, ob wir hier bleiben können. Ich gucke mal, was der macht, der vom Hütchen da gekommen ist. Oh nein, rechts ist auch einer ganz nah. Zwischen den Tannen ist einer. Na, okay. Ach, das hört sich immer so nah an. Ich glaube, wir können zurück. Der vom Hütchen gekommen ist, der... Ist keine Ahnung, obwohl... Da kommt doch einer genau aus dem... Oh, Mann, ey. Kommt genau hier hoch. Da hinten gehen zwei den Berg hoch. Also krabbeln zwei den Berg hoch. Wenn wir den jetzt passieren lassen, den... Da fährt ein Auto. Weißt du das? Da fährt ein Auto. Da kommt ein Auto. Hier fährt irgendwo ein Truck. Rain versteckt dich irgendwo am besten. Ich bin noch hier im Bad Hand. Der Zorn, wir kommen genau hier hoch. Wir müssen weg. Ziemlich weit entfernt. Nicht, dass einer schon den... Truck vor uns gefunden hat. Komm, wir gehen hier rechts um den Zaun rum. Und dann am... Rot... Ziehen wir den Truck ab? Nee, pass auf. Wir gehen hier... Kann man da wohl rein? Wir müssen eigentlich alle geil sein auf dem Truck. Ja, das war sehr leise. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das ein Zombie-Knurren war oder ein Truck. Nee, ich war ein Truck. Das war zu kontakt. Würde sie an, als würde einer nicht schalten. Das war zu konstant für einen Zombie-Knurren, ne? Ja. Hier kommt noch ein Krabble auf mich zu. Danke. So schnell komme ich hier nicht weg. Wenn es ganz brenzlig wird, musst du rennen. Das ist jetzt auch eine gute Waffe. Rennst du in Weide, machst du dir Platz. Aber nur, wenn es ganz brenzlig wird. Die laufen hier nur im Waldrand auf und ab und ich komme hier nicht raus. Ich höre hier ganz nah ein. Der Typ... Nee, das war gar nicht der Typ im Hütchen. Der Typ im Hütchen ist noch da drin. Sollen wir links rum? Gehen wir lieber links rum, oder? So, wir nähern uns jetzt von unten dem Wald. Kannst du den weiter in den Wald rein? Ja. Dann könntest du vielleicht in den Wald rein und dann einen kleinen Bogen schlagen nach unten und uns dann wieder treffen. Wie definierst du nach unten? Den Berg runter. Ich bin am Hang. Also ich könnte jetzt echt nur noch den Berg runter, aber dann laufe ich weg von euch. Du musst erst mal ein bisschen von uns weg in den Wald. Was ist? Da geht einer. Da geht einer. Hast du überhaupt noch einen Bolzen equipped? Nee. Obwohl, das ist besser, wenn du lieber fährst. Hinterher gehst du irgendwie an Ausrüstung dran und der Kerl kniet sich hin. Deswegen habe ich den gerüstet. Den Bolzen. Das ist das Problem. Geh, passt. Wo soll ich denn dann hinrennen? Ich weiß gerade nicht genau, wo du bist. Das erste Haus, in dem du drin warst. Oh, da sind so viele. Dahinter im Wald. Siehst du das Hüttchen, wo einer drin steht? Ja, da bin ich vorbei. Da bin ich im Wald. Da einfach geradeaus weiter. Da bin ich im Wald. Warte mal. Geh runter zu den Tannen. Mhm. Geh da runter zu den Tannen. Ja, ja, ich hab dich verstanden. Kannst du von deiner Position aus das Backsteinhaus sehen? Ja. Da sind wir. Kannst du da irgendwo hinkommen? Das ist das untere Backsteinhaus. Was ist hinter den? Ähm. Das sind ja zwei Backsteinhäuser. Achso, das mit den hellroten Siegeln. Nicht das mit den dunkelroten. Quasi unter den, ähm, Stromtrassen liegen. Genau, genau. Nee, das sehe ich von hier aus nicht. Der ist aber nicht viel weiter als das andere. Schau mal, ob ich da irgendwie hinkomme, weil hier ist gerade ein Krabbler in den Wald rein, glaube ich. Siehst du so einen Typ mit weißem Hemd, der auf den Wald zugeht? Mhm. Quasi genau hinter dem. In einer Linie liege ich. Ein bisschen weiter weg, aber... Ja, jetzt hat er sich umgerät. Der läuft aber vom Wald weg. Ja, da liege ich quasi genau in seinem Sichtfeld. Aber weiter weg, also das ist nicht schlimm. Ich sehe dich doch. Nee. Hä? Hast du nicht gerade was gesehen? Nee. Habe ich vertan. Kann mich mal hinhocken. Siehst du mich hocken? Nee. Ich habe den Waldrand zwar im Blick, aber... Ich muss quasi ein bisschen... Das ist doch so ein ganz seichter Hang. Ein bisschen runter und dann nach links. Doch, ich sehe dich laufen. Genau, genau, genau. Jetzt nach links schon. Jetzt schon nach links. Dann müsstest du das Backsteinhaus schon sehen. Oh, hier ist ein Krabbler direkt bei mir. Das ist heller. Ja. Das ist ja noch gute 50 Meter, 100 Meter dazwischen. Versuch da mal hinzukommen. Wir liegen ungefähr auf Höhe der Stromleitung. Wir sind keine Zombies im Weg, oder? Mhm. Nur weiter links oben. Richtung... ...Siedlung. Schallgedämpfte Waffen, ey. Die müssten wir echt mal finden. Das wäre cool. Wir müssen zu so einem Militärding. Ist bei euch in der Nähe ein Zombie? Oder seid ihr das? Ich sehe nichts. Ja, dann seid ihr das. Ja, ihr seid das, wenn ich sehe euch. Scheiße. Wenn das wirklich der Wagen war, dann haben wir uns den jetzt geklaut. Wenn die von hinten schön rein, das Haus. Oh, das trifft sich ja. Aber ich höre doch was. War das wirklich ihr? Ja, das sind wir. Das dürften wir sein. Wenn du schnaufen und krabbeln hast, das bin ich. Wie weit bist du denn da noch weg? Nicht weit. Nicht weit. Du hast gleich die Tannen erreicht, ne? Ja. Ja, da sind wir. Oh, da kommt einer ums Haus rum. Ja, aber der geht. Der läuft direkt auf mich nur. Nein. Ja, gut, jetzt nicht mehr. Geht's eigentlich im Zoom, oder? Nicht? Nee, rein. Nee. 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 Das könnte ich auch nicht leiden. Wehe, da ist einer drin. Aber hier müssen wir noch ganz gut reinkommen, oder? Hier ist noch nix. Ich geh mal rein. Geh nicht. Go inside. Boah, ist da jemand am Stöhnen. Bin ja auch weit gekrabbelt. So, was haben wir denn da so? Geht's erst. Aber direkt hinlegen, weil da sieht man alles. Wird ja mal Nahles hier gesehen, ne? Okay, hier haben wir... Platsch. Makarov Magazin und Verbandszeug. Ich nehm mal ein Verbandszeug mit, dann hab ich drei Stück. Wir legen noch Bandagen und M1911 Magazin. Das hab ich auch grad aufgenommen. Wer braucht das? Ich brauch eins. Ich hab vier Stück. Ich hab... Auch vier? Dann nimm du das mal, dass er in dem Raum da hinten ist. Ja, ich... Hier liegt ein Bolzen. Ah, ah, das ist doch schon mal. Oh, das ist richtig. Irgendwie höre ich grad einen Zombie, der hier... Hallo? Was nimmt denn denn die Scheiße da nicht? Leere Dose nehmen, ne? Ich möchte bitte das. Und hier liegt... Kommt einer aufs Haus zu? Auch rein? Nee. Der kann uns nicht sehen. Wir liegen doch alle. Nee, nee, der geht vorbei. Der geht vorbei. Hi. Hallo. Wo war der Bolzen? Ja. Jo. Random, wie sieht das bei dir aus? Hast du noch Verbandszeug? Ja. Ich hab vier Stück, glaub ich. Ja. Ich müsste nur was essen. Also dringend ist das noch nicht mit dem Essen. Drei Verbandszeug da und im... Ich hab nur drei. Aber das Dreck reicht ja, also. Ach, gut, ne? Das war halt drei Schüsse, ne? Wie viele Schüsse hast du jetzt? Drei? Nein, drei Schüsse reicht das. Ach so. Sollen wir noch nach dem Auto gucken? Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Aber hinten raus, oder? Ja. Ja, das ist jetzt die Scheiße. Hier sieht man gar nichts. Ich hör aber auch, glaub ich, keinen. Einfach raus. Kombo-mäßig raus. Also die erste Treppe kann man so nehmen. Die zweite Treppe auch. Ich glaube, raus kommt man leichter. Ja, man kann krabbeln. Ist da eine? Mhm. Sieht gut aus. Hier ist nix. Außer der Tod um jeder Ecke. Aber das ist ja normal. Uiuiuiuiui. So, jetzt ist da vorne die Querstraße. Da ist aber nochmal irgendwas, wo man reinkam. Hier oben. Hier oben kann man in den Haupt-Hauseingang. Also ein größeres Haus habe ich jetzt auf meiner Map nicht mehr. Nur noch so kleine. Ne, unten an der Querstraße habe ich noch was eingezeichnet. Da vorne laufen sie schon wieder. Aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich guck mal da oben schnell in den Hauseingang rein. Wenn du da vorne stehst, kannst du manchmal auch schon looten. Aber ich glaube, hier ist nix. Das sieht mager aus. Renate schon wieder schon. Oh, nein, Mensch, das war mir leid. Renate und Erich sind tot. Au, ähm, Krabbler. Kommt auf uns zu. Direkt im Haus. Das sah so frei hier aus. Verdammt normal. Sollen wir hoch? Zur Straße? Ah.